Hier wird es nun komplett wieder zurück gehen. Achso, ich wollte schon sagen, mein Controller hat jetzt gerade vibriert. Was das wohl war. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir erstens an den Magier kommen. Und zweitens, wie wir da hinten weiterkommen. Hier sieht es aus, als würde es auch nicht weitergehen. Nein, nicht da runterfallen. Okay, wo haben wir was übersehen? Nein. Ja. Ah, stimmt, hier ist ja aufgegangen. Hier mal... Hallo. Ich wollte da jetzt hinspringen. Das kommt schon. Und jetzt. Noch ein bisschen so und nochmal so. Und ja. Hier ist jetzt offen. Hier haben wir den letzten. Ich hoffe, das ist der letzte. Nice. So, dann müsste das jetzt eigentlich... Ja, da können wir jetzt was machen. Ist das ein neuer Skin oder eine neue Fähigkeit? Okay, jetzt bin ich neugierig, was der macht. Vielleicht können wir damit jetzt... Hier, äh... Den Weg frei machen... Zu unserem lieben Freund Magier. So, und dann jetzt. Warte mal. Ich glaube, ich muss hier... Nochmal schauen. Wo ist die Maus da? Äh... Steuerung. So. Brauche ich vielleicht die Blume? Holen wir uns eben ganz schnell hier die Blume. Da haben wir uns vielleicht so streien können. Schauen wir mal. Ah, ja. Okay, wir brauchen die Blume. Definitiv. Das hat mir jetzt aber nichts gebracht. Hier zumindest in dem Bereich. Ich hoffe, da hinten ist jetzt offen. Hier ist auch nicht offen. Okay, wo haben wir nochmal eine Blume? Da unten definitiv. Ansonsten, wenn das jetzt hier nicht weitergeht... Wenn ich hier jetzt das nicht aufkriege... Machen wir erst mal... Machen wir erst mal... Das andere weiter. Oder warte... Wir hatten ja vorher auch noch irgendwas freigeschaltet. Wo wir irgendwie... A länger gedrückt halten mussten, glaube ich, hieß das. Weil ich nicht gerafft habe. Und jetzt mit einem B... Glaube ich, habe das gerafft. Dass wir hier vielleicht höher springen können. So, den erst mal mitnehmen. Und dann schauen wir mal. Wenn wir das länger gedrückt halten. Nee. Muss ich vielleicht damit? Nee, mit Tastatur funktioniert es auch nicht. Okay, egal. Dann lassen wir... Den erst mal hier liegen. Den lassen wir mal hier liegen. Dann kümmern wir uns erst mal da hinten. So. Dann müsste es hier jetzt klappen. Mit dem... Mit dem Energieschrei. Gehe ich mal von aus. Jau. Hier klappt das. Also hier vorne waren ja noch mal Blumen. Da. So, sammeln wir einmal auf. Dann können wir das da wahrscheinlich damit verzaubern. Und vielleicht lernen wir eine neue Fähigkeit. Vielleicht... Vielleicht ein Supersprung oder so. Oder es öffnet uns einfach den Weg. Aber wenn er uns hier den Weg öffnet, dann will ich jetzt wissen, ob er uns da hinten auch geöffnet hat. Ich bin da jetzt sehr, sehr abgierig drauf, das da aufzumachen, irgendwie. Ich will zum Magier. Ja, komm. Das gefällt mir gar nicht, dass wir nicht da hinkönnen. Warum? Warum? Warum können wir nicht zum Magier? Auch wenn er tot ist. Aber ich will da hin. Scheint auch keinen anderen Weg zu geben. Anscheinend. Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, so in ungefähr fünf Minuten. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. So, einfach vernünftig hinsetzen. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Hier, äh... Der will gar nicht mehr reagieren. Warum? So, jetzt reagiert er. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt machen mit dem Zauberer. Ich glaube, den können wir eh jetzt vergessen erst mal. Dann gehen wir halt weiter. Den Zauberer, den gebe ich auf. Komm, aber Blumen nehmen wir noch mit. Blumen nehmen wir noch mit, den Zauberer. Wie wir das mit dem Magier machen. Kein Plan. Ich will da auch nicht googeln. Ich will da auch kein... Kein Backseat Gaming oder sowas. Und dann hier jetzt wahrscheinlich Kapitel 4. Wunderschöner Ladebildschirm. So, Kapitel 4. Okay, mein Controller ist ordentlich am vibrieren. Ich hätte jetzt aber wieder Bock, mal eine andere Farbe auszuprobieren. Hier, für unseren Fuchs. So, Belohnungen. Komm, wir nehmen mal den hier. Ach, unser Zauberer ist weg. Boah, ich finde das echt krass, wie das hier eigentlich schön weitläufig ist. Jetzt können wir hier nochmal Zauberer mitnehmen. Boah, wie geil wir aussehen jetzt. So, jetzt bin ich gespannt, was es hier unten noch gibt. Vielleicht haben wir jetzt auch noch ein Zauberer übersehen und Zauberstab. Kann auch sein. Aber ich muss bisher jetzt sagen, das Spiel ist unglaublich schön gemacht worden, finde ich. So, hier muss es bestimmt einen Zauberstab geben, oder? Oder ein Zauberer. Oder gar nichts von beiden. Okay, nice. Hier ist der Zauberstab. Nice. So, wo haben wir jetzt einen Zauberer? Wo ist jetzt der Zauberer? Wundert mich jetzt gerade, dass der Controller die ganze Zeit am Vibrieren ist. Hier ist er. So, den haben wir jetzt auch befreit. Und, wie viele haben wir jetzt? Okay, wir haben wieder einen übersehen. Den von gerade eben, den wir, wo wir nicht hin konnten. Wo mussten wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, da lang. Sieht so aus, als müssen wir da lang. Ich bin aber auch oft genug noch sprachlos, wie schön das eigentlich hier aussieht. Ja, und diesmal haben wir unendlich Ausdauer. Das feiere ich jetzt. Vor knapp einer Stunde, als wir so einen weitläufigen Bereich hatten, konnten die nicht so lange durchsprinten. Und jetzt feiere ich ein bisschen. Okay, ich glaube, dieser Bereich ist auch dafür gemacht, dass man jetzt hier durchsprintet. Weil das jetzt sehr lange... Oh, da waren jetzt ein paar Ruppler vom Spiel. Ja, das war vom Spiel. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer jetzt. Ja, aber wieso ist mein Controller die ganze Zeit jetzt am Vibrieren. Ah, ich glaube deswegen. Okay, was passiert jetzt mit dem? Und der ist jetzt eingesaugt. So, was können wir jetzt hier machen? Ah. Ach, wir sind jetzt in der Geisterwelt. Wir sind jetzt ein Geist. Ah, okay, aber wir müssen jetzt nochmal... Wir müssen jetzt nochmal zurück eine Blume holen, damit wir ein bisschen zaubern können. Oh, was haben wir da? Gut, dass wir jetzt zurückgegangen sind, sonst hätten wir das nicht gesehen. Ah, ich glaube, ich sehe da eine Blume. Ja, da sind die Blumen. Nice. Okay, jetzt können wir uns so auffüllen, aufladen. Dann können wir jetzt nochmal da rein. Und jetzt können wir das Ding hier anschreien. Und jetzt? Ja, es verschwindet. Nice. Wir können da noch nicht durch. Jetzt können wir durch. Und da sind wieder diese Traumfänger. Ich glaube, diese roten Wolken sind diese dunkle Magie hier, die ja alle Magier auf jeden Fall hier getötet haben. Okay, da ist wieder was zum Anschreien. Aber wir haben jetzt keine Mana zum Schreien. Das heißt, wir müssen jetzt wieder die Blumen finden. Hier haben wir Blumen. Komm. Ah, jetzt haben wir's. Und wieder da hin. Ah, jetzt haben wir's. Und wieder da hin. Was hat der da hinten entdeckt? Der hat da was entdeckt. Schauen wir uns mal an. Ähm. Okay. Lass mir raten. Wir müssen da jetzt runter. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. So, und. Okay. Ah. Da haben wir was. Ja, wir fangen damit an. Und hier haben wir noch mehr Blumen. Komm, gib mir den Zauber. Ich will die Mana haben. Hallo. Ah. Das hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, erst mal hier drauf. Dann können wir erst da drauf. Okay. Jetzt lernen wir die nächste Fähigkeit wahrscheinlich. Ob ich keine Ahnung habe, was der jetzt macht. So, was lernen wir jetzt? Was können wir jetzt? Ah. Okay, wir können die Geistergestalt jetzt annehmen. Gehe ich mal von aus. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Na, komm, noch mal zurück. Was passiert, wenn wir jetzt hier... Ah, wie geil. Ah. Wir müssen schon dann... Okay. Dann machen wir hier das mal. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier schon richtig sind. Also, dass wir da drauf sein mussten. Und... Was ist jetzt damit? So, erstmal den Zauber annehmen. Und dann können wir hier durch. Okay, krass. Aber was machen wir jetzt? Okay, ich raffe es nicht. Was müssen wir machen, damit wir hier weiterkommen? Ah, hier. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und jetzt kommen wir wieder raus. Nice. Und nochmal auffüllen. Das feiere ich jetzt. So, jetzt wollen wir da hinten mal versuchen. Konnten wir ja vorher nicht durch. Dann können wir jetzt vielleicht hier durch. Ja, jetzt können wir hier durch. Dann muss es hier irgendwas geben. Das da. So, dann müssen jetzt... Ja, die Pflanzen gehen kaputt. Nice. Ah, ruckel, ruckel. Okay. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was es mir gebracht hat, außer hier rein zu gehen. Was wir hier drin machen müssen. Achso, jetzt geht es hier einmal quer durch die ganze Burg. Und das Ding. So, was gibt es hier? Sind alles nur leere Räume. Ne, doch, nicht hier. Auch ein leerer Raum, im Grunde. Und hier gibt es wieder Blumen. So, was machen wir jetzt? Wahrscheinlich das Ding da anschreien. Gehe ich mal von aus? Oder doch nicht? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Gehen wir nochmal da hoch. Sieht so aus, als müssten wir vielleicht... Ja, das... Genau, da müssen wir hin. Na, komm. Ich will da richtig hoch. Nein. So. Ähm. Ah, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Jetzt will ich wissen, was das macht. Okay, nochmal. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wofür ich das jetzt mache. Aber irgendwas muss er doch machen, oder? Ah! Okay, ich musste das Ding mehrmals be... Der ist doch vorne aufgegangen. Vielleicht muss ich so? Ah, okay. So hat das geklappt. Nice. Jetzt wissen wir es. Wie das geht. Und wieder runter. Komm, wir springen so. Wo waren jetzt die Blumen? Die brauchen wir jetzt wieder. Da. So, kleiner Geist, gib mir die Kraft. Und hier. Und hier. Ah, okay. Ich dachte schon, was hat es mir jetzt gebracht, aber geht ja noch auf. Wie ist es mir. Und die schüttelt. Und hier ist mir, ich weiß noch was, wie er es jetzt hat. Und hier ist mir das, ich weiß noch mal auf. Amen. Amen.